Ich guck doch grad da runter, ey, sowas ist Schmutz. Die kommen dann, wenn man nicht mehr guckt. Das ist jedes Mal so. Alter, Digi rasiert. Ja moin. Ja moin. Fünfer. Ja, nice. Ah! Fuck you. Alter, der ist der größte Untermensch, Junge. Sowas ist Prestige. Irgendwie schlag mich tot. Ich bin hier alleine im feines Land, Junge. Spektrum-Tarnung ist auch da, Digi. Direkt Diamant-Tarnung. RASIERT! Feindliche Drohne über uns. Nicht rein. Drohne bereit. Ah, hu, ah, hu. Vorräte auf Stand-Bahn. Kolter Drohne festlegt. Easy, auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Oh shit. Er ist richtig on fire. Er kam da lang geslide und kriegt direkt ein Annie in Geta von mir reingedrückt, Junge. Ja. Junge, er wollte mir geben von hinten, Alter hat er gekriegt. Das ist passiert, Junge. Das passiert, wenn du mit dem Babo fickst, Junge. Ach Junge, wer will mit mir ficken, Alter. Fick euch alle weg. Jawohl, wir haben neues Highlight, Digi. Nice. Loll! O-Mega, Loll! O-Mega, Loll! O-Mega, Loll! O-Mega, die Pock-Pockers, Junge! What the fuck? Das war eine richtige Rambo-Aktion, Digi. Von zwei Seiten, Junge, fuck in my life. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben, ne? Ho-Hah. Oh und, er hat gar keine Mullen mehr mit Ahmetern. Scheiße. Was mag ich einfach Raketen mal vorausgenommen. He 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 he. Sh, schon ein bisschen ein Otto geworden. Ja, aber da bist du schon wieder auf das Schwieg, da kommt so ein Hurensohn von der Seite, Alter. Er ist so ein Hurensohn, selbst seine Mutter nennt die Hurensohn, Alter. Juhu! Nice, Diggi. Wir müssen eigentlich immer zusammenrunden, doch im Laufe, Alter, wir finden alles zerfett. Oh, hab dich gerechtigt. Das war jetzt... Junge, was hüpft ihr denn rum, wie so Bunny, so Hoppy, Alter? Bruder, war nicht seinem Ernst, Mann. Zieh den Scaff aus der Pflaume, Bruder. Ja, den Martin, den setz ich so eine Kotnuss auf den Kopf, Jügel. Ohne Witz, Alter. Er ist auch eklig mit seiner scheiß Ballage. Und gewonnen, Jügel! Spassi! Ja, moin. Ja, moin, ganze Zeit nicht aufgenommen. Aber das jetzt, das nehm ich grad auf. Noch schnell geklickt. Kappst du uns auch? Einzigfahre Brasierer. Geht, ne? Wie geht, ne? Irgendwie meine Mama, aber sonst? Jo, ich fahre überall drauf. Ich weiß nicht, wo du überall drauf bist. Auf jeden Fall nicht auf den Gegner.